ich bin oben okay ich sehe es doch wenn ich sehe es ist ja genau neben uns ich nehme alles du kannst eins ausgehen was gejagt in der kleinen spinne hau ab sagt bescheid sagt bescheid wenn du drinnen bist dann war ich morgen kommt die spinne noch die hat sich bei den bäumen versteckt hat was erleben wo ist die bei den bäumen so da kann ich jetzt eigentlich so jetzt war es mal interessant zu sehen so unten angekommen müssen wir nicht noch so ein ändert anker oder sowas machen ich weiß es nicht ob das klappt aber eigentlich müsste es klappen warum warum hat mir die lava aufgehört habe das liefern liefern diesen hebel liefern verkehrt und machen ist die menschen dass wenn dirk welchen hebel da hast du dieses rad weil immer geht es ausgang und immer eingang also reinzieht oder rauszieht ja und was ist jetzt so richtig ich habe den roten oben und den blauen unten das richtig nur anders hier muss genau anders rum naja das ist ja gut kommen herz werden hier oben ist das lava ding versiegt hast du es gesehen das ja warte mal kurz ich schmeiß dir mal kurz die tür raus hier hast du die tür und und hebel machst du gleich mal machst du gleich mal dran dann teilen wir dann teilen wir das auf wegen der drinnen und draußen wenn es geht ein hebel machen und trennen über die türe wenn es geht durch wir brauchen wir brauchen einen knopf wir brauchen den knopf der holz knoppen reicht auch los ja zwei wenn es geht zwei holz knöpfe zwei holz knöpfe ne da macht die da macht hier drinnen in macht hier drinnen in hebel dran und macht die tür zu mach ich drinnen da bin ich ja draußen da bin ich ja du sollst hier drinnen entrat na mach mach da gibt er gibt den schalter gibt den hebel her hast du das ist drinnen vergib mir her geh doch geh doch mach geh doch den schalter abbauen da musst du es sehen wo ist denn der dann los mach auch geh weg so edge edge ich bin ja auch wieso 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 macht denn der nie mehr der muss er nicht der restvergleicher geht doch zum nächsten getan dass ich mich verteidigen kann ach ja genau jetzt wenn hier hast du deinen enderrucksack ich tue dir alles in den rucksack rein was deins ist das ist deins das ist dein das war noch deins das wort deine das kommt da rein das kommt rein 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 fackeln rein das rein 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 was ist denn das netta schittin war die hose war die hose war deine nur die hier ich habe deine ich habe deine schuhe an sehe ich gerade ich habe deine schuhe an ich glaube das war deine da gibst du wieder her wenn es meine war habe ich gut so den rest tue ich jetzt in den rucksack rein müssen wir dann wo an müssen wir dann woanders aussortieren sicher ist sicher nochmal vollfressen hast du genug zu essen wenn du mal der endertank ist voll ja hast du noch was zu essen gut da kriegst du gleich was ist dich voll du gehst auf die linke seite auf die rechte seite machst die tür auf und die schießt raus auf die rechte seite warte warte sag bescheid wenn ich drüben soll Sven Dirk die hebel die knöpfe alles drinnen in der kiste die knöpfe alles klar also in der dingste ja ja ist richtig ist richtig also abbauen und dafür einen knopf hinbauen oh das geht sogar mach auf ist ja bei dir irgendwo eins warte kurz mein schwert habe ich warte mal was denn noch lauf zu lauf zu ich würde gerne mal sehen ob das unten die lava langsam versieht weil oben nicht mehr nachläufe weißt du ach daran wird es wohl nicht liegen weißt du es da ich dachte du folgst mir warte mal hier kicken die erstmal weg ja ich gehe hinten zu dem guck du mal dass mich keiner überrascht ich gucke mal ob ich das vor verfolgen kann ohne mich zu verletzen dabei noch ist keiner da ich gehe nie tiefer gehe nicht tiefer aber da haben wir scharf glück es könnte gerade so in den großen see reingekommen sein gerade so aber ja das ist daneben ja oder gerade so noch dieses gerade unternehmen ist es was sagst du dirk Sven ja das könnte wirklich ein block genau naja block genau weißt du haben wir gut gemacht also los wo bist du was denn ich wäre beinahe runter gesegelt wieso machst du das weil ich kann wo bist du ich gehe Richtung Baum jetzt ja ich bin hinter dir wollten wir hier nie noch abbauen Sven machen wir erstmal unsere lavapumpen und wird alles wieder fertig wenn wir das nächste mal herkommen wird das portal hier auch zugebaut mit steinen weil das steht gerade günstig wie zugebaut na ein haustab vorgebaut weil das steht achso ja macht ja gerade ne Sven nein Dirk nein ich habe extra Dirk ich habe extra nedersteine gesammelt du wirst das mit nedersteine bauen du wirst das mit nedersteine bauen ja ich habe extra nedersteine das eigentlich brauchen wir doch nicht na doch ich habe extra nedersteine gesammelt kann man da drinnen vergleichen ne da draußen soll es ja sein das ist doch kakao ah eben nicht das passt dann dazu ja ich habe extra nedersteine gesammelt da kommen nedersteine Dirk was nimmst du denn wird das auch unten so klappen äh ist der andere Endertank der in einer Hand hat voll wie voll äh der muss jetzt voll sein ich habe ihn nicht in der gleichen Form sind nein wir haben jetzt n lern Endertank mit hier vollen hier fehlt ein Endertank hier fehlt ein Endertank der ist setzt und der füllt sich gerade der ist voll hast du den mit roter Farbe gemacht? den hast du doch mit rote Farbe gemacht ne? den musst du in der Hand hast den anderen den ich jetzt in der Hand habe hat noch keine Farbe das heißt der ist ja dann nicht mal voll ne den bist du identisch mit der Farbe noch wie der andere ja ja ist richtig ist richtig ich habe rote Farbe ich habe rote Farbe das war das ne? rosenrot eben ja dann stellen mal hin irgendwo ich denke ich sollte nie hinstellen erst rot machen hat er gesagt nein das hat Dirk gesagt du sollst den hinstellen und dann rot machen also wo kommt der jetzt hin? hier hin hier so den Lava Generator und so hier davor auf den auf den auf den ich würde sagen stellst du es hier auf die Leifzehmaschine das habe ich jetzt nie verstanden auf das Protest ja genau mach du das einständig ich höre die Pumpe und nur Rohr wie heißt dieses Schwein? wie bitte? netter ich hab's doch ach du scheiße was? also du klopst nie wie schnell da jetzt so voll war ja das ist doch schön so so schnell konntest du gar nicht gucken ähm Dirk diese Steine haben wir ja im Rucksack oder die habe ich dir haufenweise rüber geschickt was denn jetzt? das frage ich mich jetzt 22 Stück das? äh das waren mehrere Stacks nähter Prick versuchst du mal nach nähter Prick oder nähter Steine nähter Ziegel und sowas ach ja da musst du ja oben das wegbauen nur so kann man daraus auch Zäune machen? ja musst du irgendwie dann craften und genau so habe ich mir das gedacht so wollte ich das ja haben wenn das Ding genug produziert an äh Lava sag ich mal da kann man hier auch was abzweigen so die Rotoren laufen was? ja das ist zum ja ja ähm brauchen wir nicht doch den Tank Anker? ich weiß es nicht Dirk? warte doch einfach mal ab erstmal wenn das fühlt dann nie ähm das wird äh im Gegenteil das wird leer doch der hat sich aber hier gefüllt ja klar weil der andere auch drüben voll war weil der andere drüben voll war ja aber da braucht man keinen Anker dafür ja weil der sich gefüllt hat wo wir drüben waren der hat sich so ne der war doch leer hier ja ja aber der hat sich ja gefüllt weil der andere voll war ich kann ja mal hier ausmachen wenn man das Ding dann werden wir sehen ob er wieder voll wird ne leer wird er ja warte es ab die Pumpe muss ja auch erstmal zum Stehen kommen da siehst du den Farbcode oben wenn du drauf guckst Endertank rot 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 ja sollten wir uns merken also Wasser für Wasser nehmen wir blau 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 war und für und für Öl nehmen wir gelb 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 ja seid ihr einverstanden? ja 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 blöder kann man es nicht machen ich glaub doch wir brauchen Endertank Anker Dirk wie baut man Ender Anker? guck gerade Anker bloß eigentlich ich weiß es doch nicht vielleicht guck gerade Ender schießt Ender Schuss Welt Anker brauchst du genau Ender Perle Obstetianen haben wir im März genug und zwei Diamanten und so und du siehst du also also baut das Ding Obstetianen haben wir jetzt fast jetzt oben ein Stück hier drinnen ja also baut das Ding Entschuldigung aber die Torten glaube ich die ist so weit weg von den Chunks ja es kommt kein 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 ja es kommt nichts durch wir müssen so ein Anker mal probieren ähm ich geh mal rum machen ja ich geh mal kurz ich geh mal kurz rüber in die andere Welt damit dass ich rum weiter hin haben derzeit kann ich ja noch ein bisschen abfarmen leert ihr auch die Kiste zwischendurch? ich probier grad rüber was zu machen was meinst du für eine Kiste? ich meine den Rucksack ah wusste ich ich wusste es ich dachte auch schon das ist ja hier schon los